um natürlich nicht in den ganzen Zeit so durchschlagen Ressourcen optimal ausgenutzt bin da ja ja geil Kevin, ja haha jetzt schon wieder zu wenig HP, also schon wieder zu viel abgekriegen so, wie ging's jetzt zurück? ja, hier wieder durch lass mal einen Jockey ja sag mal nachdem er zehnmal gesagt, dann merkt euch den Weg na, dann müssen wir jetzt wieder zurück durchs Gebüsch, war ja, super ja, danke für den Hinweis oh man, ich will mal breche heißen alter alter mir ist gar nichts das hat mich nicht erwischt au äh, ok oh, das ist was ganz großes so scheiße also ich bin beim Feld durchgelaufen ok, das war die falsche Richtung soll ich ne Leuchttrakete für euch machen? ich weiß nicht, ob das so ne gute Idee ist oh, das war doch kein Leuchttrakete ganz natürlich auch ne Granate ins Feld da bin ich auch nicht müssen wir denn hin? ich komm nicht über das blöde Rohr zurück! zurück den Weg rückwärts in den Fahrstuhl quasi wieder Hier kommt halt rein Das war jetzt egoistisch Ich hab doch gar nicht gesehen Treppe war linksrum Und zack Kann man auch runter springen Ja ich würde es nicht zu sehr ausprobieren Nicht das hier ist wie ein Kaufhaus Genau und Oh das Wasser steht Dann da rüber wahrscheinlich Da ist eine Witch im Wasser Warte wo? Da Ich wollte die grad snipen Hab ich gemacht Hilft ja nichts Ich lass dich nicht zurück Steh auf Das ist doch ein riesen Dreck Danke Die brauchen ja mehr als Eintreffer Boomer Dieses Nachladen also Äh geteckelt Ich komm gleich Wir müssen weiter los Kriegt ihr das da unten alleine hin Oder muss ich runter kommen Äh ich bin gleich tot Aber sonst ja Der hat gesagt Silo hoch Das hab ich gemacht Ich wusste nicht das hier da unten Ja und dann hingen wir fest Alles gut Wir haben jetzt keine mehr Medi-Kit dabei ne? Ne Besser Ja Hier oben seid ihr eigentlich relativ safe Sag sowas nicht Nein es gibt hier nur einen Weg hoch Wenn wir den halten Äh Dingsbombs? Hä? Was? Oh ich bin runter gefallen Das ist was ungünstig Dezent Dezent Sehr ungünstig Egal ich lauf hier an der Seite hin Ja wohin denn? Wir müssen ja eh runter Wir müssen doch ja Ähm ungünstig Geh da weg Kevin Und tschüss Ich bin tot Und Kevin auch Ja das ist doch gut Dass du jetzt ein D4 hast Ja den kannst du dir Kannst du den dir nicht holen? Und der Alice ist runter gefallen Ja Idiot Wo liegt der denn? Oben Hm das ist jetzt doof Höhähähähähähähähähähähähähähöhöh propio trauen auf dich marvin Ja ihr sagst was Ja soll ich das mit dem Typ zu Ende spielen oder was? Ja! Höh dressed Höh das sind viel zu viele Höhähähähähidores Höhäähähä Ich weiß nicht mehr wohin G Kirsch Oh nein nicht gut Nicht gut nicht gut Ich glaube, da fangen wir noch mit neu an. Und das war's. Ach ja... Ja, gut. Noch nicht. Also doch lieber ein Medikit? Ja. Ja. Hahaha Ich glaube, ich habe keine Mühle mehr. Nein, hier habe ich meine keine Sniper mehr. Ich musste zurück, da ist eine. Nein, die pumpen nicht. Ganz rechte. Ah, scheiße. Dürfte ich mal eben? Noo! Okay, jetzt ähm... Okay, lass mal schnell das Feld durch, oder? Ja. Hat schon irgendwer ein Medikit benutzt? Nein. Doch, ich habe eins schon benutzt. Ja, dann hol dir doch ein Defi, wenn du Platz hast. Ne, habe ich nicht, ich habe ein zweites Kip dann geholt. Achso. Na also, schnell durchs Feld durch, oder? Ja. Ich renne mal los. Oh, ich habe Glück, bis da noch keinen gesehen. Oh. Ach, scheiße. Danke. So, ich bin im Aufzug. Oh oh. Okay, das war blöd, entschuldigung. Hm. Äh. Ja. Ah, da bin ich. Na. Oh, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Ja, ich benutze dann mal mein Medikit. Hm. Oh, man verliert doch Leben, wenn man runterfällt. So, diesmal schnell nach oben. Guck, über das Silo. Ja, genau. Und dann können wir die unten ja wegbannern von oben. Ja, oder halt weiterlaufen. Fahrt schon mal nicht. Alle oben? Jo. Hör weiterlaufen. So, diesmal vielleicht nicht runterfallen. Wobei, wir müssen ja eh runter. Hier unten. Ach, Elise. Ah, holst du den, oder? Äh, der liegt noch in Säure. Tch. Erz hol ich. Oder du? Ne. Ach, von wo? Ach geil, wenn ich die Runde gesprungen habe, jetzt kann ich den ganzen Weg zurück, oder was? Nein! Ja, was tust du auch? Okay, Ellie ist tot. Hauptverlust gibt's immer. Kevin ist auch bald hinüber. Ja, der hat doch nur nen Kit. Was macht der auch immer noch da oben? Ja, wenn du einfach vorrennst, Digga, bist du selber schuld. Kevin, du musst jetzt leider brennen. Der Fette rennt hier immer noch rum, ja, genau der. Ja, noch dein Ernst? Hey! Komm schon, komm schon. Steh auf! Mhm. Scheiße. Äh, ich lieg hier oben noch rum, aber der dicke ist durch runtergehüpft. Scheiße, so wird das nicht. So wird das wirklich nicht. Ich bin nicht wie das Drecksteilung auf den Weg rum! Ich bin nicht auf, nehm das Drecksvieh weg! Nooo! Mööö! Mööö. Hahaha. Lass mal kurz auf, nehm wohl, Kurt. Ey, hier drüben! Sarah, du liegst halt auch noch oben. Ja, ich lieg hier oben noch rum, ja. Ja, Marvin, zieh's durch! Lass mich sterben, lauf einfach weiter. Ja, wie soll ich da hochkommen? Keine Ahnung. Lauf doll weiter Marvin, ziehst du euch. Mach ruhig. Ich bin eh gleich, ich bin auch gleich tot. Ich kann nur versuchen durchzurushen, aber ich weiß nicht mehr, ob ich heute richtig glaube. Ich glaube nicht. Geht's mir lang. Und hier sind wir doch... Seh ich nur nicht raff, es sind alle tot, also ich bin am sterben. Und Marvin noch. Und da hinten leuchtet irgendwas orange und bewegt sich... Jetzt ist es weg. Okay. Wisst ihr wohin ich muss? Jetzt sind da beide drin, was ist denn das? Versteh ich nicht. Überlebende retten... Spawn die vielleicht irgendwo wieder? Aber da ist keine Tür oder so, ne? Nee. Doch, da ist keine Tür. Ach guck mal einer an! Ist ja verrückt. Kevins geht weiter. Ja. Ich weiß. Ja dann komm, beenden wir die mal schnell. Wo müssten wir hin? Nach oben, oder? Ja nicht. Hier drauf. Achtung, oh der kommt ja... No, kein... Ja, kein... Hm. Ach, scheiße. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. aber nur 5 hp da hinten ist nochmal ein überlebender, das ist bestimmt zahra ist hier kein kit aber kevin da musst du vielleicht vorlaufen ein bisschen du aber ich noch 5 hp da geht gar nix hier ist ne Sackgasse oh fuck ich hab ja nur 5 hp 4, 3, 2, 1 nix mehr oh shit oh shit gut ist halt, dass er echt mit halbem Leben wieder rauskommt alles wusste nicht, dass man da wieder belegen, also so retten kann als müsst ihr vorne draus gehen, ich hab kaum noch lieben äh ich hänge okay dankeschön ich hab ja nicht mehr stehen ah, hast man ein Kind ja da drin war eins, ich müsst ihre Dinge auch durchsuchen ja ja, das... was... also jetzt laufen weiter, komm wo lang denn? keine Ahnung, hier glaube ich die Richtung ja, oh... hinter... oder her... Seite... hm... ah hier bin ich safe... heh... mach dir das mal... oh shit... ah shit... mwah... ich hänge an der Wand ja, wo ist der? hinter... egal... okay, jetzt aber weiter... halt noch 15 Schuss ne Kevin, lauf mal rechts, nicht... nicht da rein hier ist immer, glaube ich, richtig hier war ich, nehm ich mal in diesen Rohren hier ah ne, wir sind hier doch nicht richtig... heh... ja, hab ich auch gedacht, ja... weil die Rohre kam mir echt bekannt vor... ah doch, hier geht's raus, guck... ich werd nass... mhm, Wasser stehen ist auch geil... ach ne, 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 kommt hier zu mir, zu mir... ach man, bleibt doch... ja, ich geh schon in das Eck... gesundheit... gesundheit... da draußen hängt so ein Kotze-Ding... ich hab auf meinen Arm gerotzt... ja, und da draußen rennt so ein Rotze-Ding... ganz toll... vorsicht... ach shit... jetzt steh ich selber dran... müssen wir da raus, oder was? vermutlich... wo willst du denn jetzt hin? oi oi oi... äh, Kevin ist gerade nicht mehr da... Alter, vorne müsste doch der Schutzraum eh sein... ab in Schutzraum, ja, ich bin da... tada... sehr cool... halbe Meter also... sorry, schneller kann ich nicht... wenn dich wieder zum Neidprobleme... pff, der letzte schreit uns an... so, da ist nur ein Dings noch, ne? ja... ehm... yeah... oh... oh... pff... pff... oh... na, das hab ich ja mal richtig... so leicht bin ich dann auch nicht zu killen... open eye... da guys... S ne- w S Vielen Dank.